Scheiß auf Befehle, wir marschieren einfach. Wir marschieren. Wir marschieren, wir marschieren auf euch zu. Auf euch zu. Warte mal, warte mal. In die Stadt. Einfach in die Stadt. Ihr kennt doch, ihr kennt doch diesen Film mit den Ameisen, oder? Von Pixar. Das große Krabbeln. Genau, das große Krabbeln. Wir müssen, wir müssen das Lied der Ameisen von da singen. Ich kann es aber nicht mehr. Nee, ich hol gleich. Das muss unser, das muss unser, äh, hier, Marschlied werden. Meinetwegen kann man auch halbe Rüge kraschieren. Genau, egal. Bei der Kiste kommt es dann alle direkt ruhig. Echt? Ja. Ja. Wir müssen uns einmal bis dahin. Das Luschige ist, bei mir seid ihr immer noch gleich laut, wenn ich das nicht hab. Das ist so richtig behindert. Dann schreibt bei mir jeder trotzdem noch drum. Und wo es eigentlich voll leise ist. Ja, aber man versteht dich. Ja, ja, aber nein, ich höre euch immer noch ganz laut. Also wenn ihr jetzt alle durcheinander schreit, dann hört ihr euch gegenseitig leise, wenn ich nämlich auch rede. Aber ich höre euch verdammt laut. Das war gar ne Challenge. Das war gar ne Challenge. Nein, das war keine Challenge. Janik, vielleicht musst du dann einfach Push and Talk anmachen, damit wir einander besser verstehen können. Und Janik, wir können Marius nicht verstehen, wenn du redest. Redest du gar nicht? Ja, aber es kommt mir so gut, als würde alles ganz leise gehen. Er kann doch auch Gesprächsleiter nehmen und dann kann man da auch gut hören, oder? Ja, müsste es sein. Kann los. Komm mal rein auf meine Seite. Besser jetzt? Ja, take cover. Äh, wo sollen wir hier machen? Auf meine Seite. Oh, wunderschön. Ich will nicht mehr sagen, ich will nicht mehr. Schön. Ist das jetzt besser? No, aim auf Hüllerin. Marius und Janik, bin ich gleich ziemlich wichtig, wenn du das hörst. Ah. Ja, dann ist ja gut. Ich müsste das was wollen. Also, ne. Ich kann nicht hören, ob das funktioniert, deswegen. Nein. Achso, ja. Mario sagt mir auch was. Klappe und Scheiß. Irgendwas sagen. Nein. Hau rein. Ja, irgendein Scheiß. Ja, ich kann ihn laut hören. Bullshit. 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 Du nicht. Du musst kämpfen. Schauter. 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 Ich nute mich einfach so lange. Händer, du kriegst Bionett. Lila. Hallo. 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 Hier ist zum Teufel Spragsten. Spragsten. Das ist. Das war's ja. Alles klar. Ja ähm. Jetzt gehst du das Bionett abwiesen und nicht so hoch auf den Stein stellen. Lila. Häl. 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 wer ist lila können wir uns ein bisschen verlegen ich glaube die arty muss niemand mehr zielen um uns zu treffen kranker bist du nicht sicher ich bin nicht gut im kugeln aufhalten was sie haben vier kanonen ich habe das gefühl man muss die befehle auf deutsch reden warum weil ich sonst nicht mitbekommen also ich habe nichts gehört holger wir haben ein kurzer vorweg vielleicht sind die befehle sollten auf englisch werden vielleicht auch wird es ja wenn du zählen vielleicht funktioniert es ja wenn du vorher mit der tälften geist anfangs oder so ein bisschen vielleicht funktioniert es werden Prozent Prozent die erste WM die Gäste anfang klar war nicht er hat wohl hoffentlich das könnte die Fähigkeiten machen kaum das ist die Dauern Rundgarten er hat uns geschützt und den Gründer und der nächste der hoch geht macht schade über die Brücke auf die Artillerie zu also immer nur ein Mann sein und er muss dann noch sein T-Shirt ausziehen sich in Stirnbart umwickeln und Banzai schreien ja treiben dann noch ein Katana auf das er selbst bezahlen muss oh ja 3.000, äh 3.000 Euro ne Nachbildung krieg mal hin Banzai also wenn es ne Nachbildung so viel kostet dann ist ein echtes ja schon bald Leute was macht ihr hier? da ist doch was gesagt folgen oder nicht? kennt ihr das Kommando about face? ja das heißt umdrehen nicht rennen wir planlos hinterher ich hab irgendwie was anderes gehört in meinem Kopf von line behind ja Marius ist auch eigentlich ziemlich leise von line to my right fixed bayonets ich hab mir Marius lauter gestellt line to my right fixed bayonets ach nein ach Gott I'm charged ja ja awesome war ja so geschossen vielleicht mach ich es wirklich ein bisschen leiser ne ja aber es war auch schon mal aber warte oh hab ihn nice brauner Yeti scheiß Nazi die ist ja nicht eben noch niederlegt die Yeti da kann ich nicht ich komm gleich rein und nenn mich schwarzer äh schwarzer 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 das war's 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 hier oder klar ohne Scheiß lebt noch irgendwer bei uns ja Janek er hat uns ein bisschen aufgeräumt Leute sammelt euch mal in der Mitte das bleibt drauf ich bin alle offensiviert wir könnten General Lukas folgen wir können jetzt mal und können wir auch zumindest da rangordnen oder aus Valentina also Alex ist ja auch noch da Flammy na Flammy macht du und ihr da wo ihr vorhin an dem Felsen unten standet die sind mitten im Dorf gewesen wir haben schon verkackt übrigens ne doch so nicht verkackt ja doch so bisschen schon ja nicht so gut genug außerdem wo wo sie alleine auszuworten am besten glaubt ihr die Art hier raus soll doch schon mal vorgekommen sein gut gekämpft aber nicht gut genug das sind doch sie kaputt scheiße das heißt also und er schafft es auch ein bisschen die laden nach der Ophi kämpft der Ophi kämpft der Ophi kommt ne er kämpft loll Achtung einer kämpft auf die Tür nicht nur einer jetzt kämpft drei vier auf die fünf auf die Tür geh weg von der Tür geh weg von der Tür und stell dich so hin dass du sie wenn sie durchgelaufen sind abschließen kannst da ich sehe sie auch so wenn sie die Stiege hochkommen dann doch Lukas hat gerade Artillerie ausgeschaltet wie die Angst haben Achtung einer kommt Niiiice dann hätte ich auch verstechen können ha du nimm rein da sind nicht mehr viele da ne steht einer aufgarten also das jetzt noch 28 mal wiederholen und du hast gewonnen achso dann kommt einer ha 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 da kommt der nächste oh der Offizier der hat sie nicht verarschen lassen der hat sie nicht verarschen lassen ha schade schade dass sich das jetzt nicht auf Video oder was ne ne allgemein bei NW bei NW oder MS das Problem ist ich hab schon einiges hier ausprobiert gell wegen der Qualität aber irgendwie ist alles wein und sauf scheiße wenn du beim Napalonic Wars das ist das Problem also ja finde ich auch ziemlich scheiße beim letzten Mal waren ein paar Grafikbugs drin das habe ich auch gesehen oh oh er hat einen Reveilleur gemacht und wird erschossen äh ok ok guys take cover take cover wir waren bestellen wir sind ja die alter Schwede können wir einen Fuchs ja of course we can boah aim er an der left irgendwie glaub ich sind das scharfschützen ich schieße immer die Schuze Leute just ain't covered in fire heads down Können wir ja die Bolle im Nächsten wieder... Wow, voll. Äh, du bist ein Stein durch, wollen die mich verarschen? Ja, ich scharf schützen. Da ist wahrscheinlich eine Luft. Da links kommt noch eine Linie, Yannick. Hm, nicht gut. Noch zwei Linien. Oh, ja. Oh, cool. Ja, ich kille den Mann von der leften Seite. Ah, geil. Okay, Leute, retweet, just retweet, don't form eine Linie, don't. Just retweet in a loose formation. Retweet means stop reloading. Nein, das wird gut. Oh, nein. Alter, warum haben wir ihn hier so lange gebraucht um sich zu retweeten? Weil sie nachgeladen haben. Okay, behind the bushes. Alter, Yannick, hast du mal rübergeschaut, wie viele Rauch... ...wie viele Rauchdinger da sind? Nö. Ich schätze nicht. Hinterhalbding? Nö. Nö. Ich will sie als Scharfschüssen anmelden. Ach, du wolltest uns von Frau Bauer als Kavalerie anmelden. Nö. Äh... Ich spiel vor Monts. Ach, die Rächer, so. Ja, nee, melden uns mal einfach als Scharfschützen an, dann zeigen wir den übern, Leute, den Grau. Haha. Nö. Zu 15. Da sitzt irgendeiner AFK. Na. Ist aber schon stelle. Nils. 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 Boah, wie ist sich immer vordringen müssen. Wer war das jetzt? Ich, ne? Punter. Äh. Wurschen ist 19, äh, wie eigentlich abgehauen. Prepare to hold and hold. Äh, die meisten sind hier voll offen, oder? Naja. Fortmatch. Äh, links, 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 links. Wer hätte nicht wirklich in den Rücken geschossen? Hm. Okay. Ach, ne, gut, da sind noch Leute, die uns rücken, der kommt eben. Einfach Richtung Stadt laufen. Also, ich hasse diese Map, ich hasse sie einfach so sehr. Was ist das überhaupt für eine Map? Eine, die er nicht mag. Ne, die ist irgendwie so doof halt, weil diese Stadt irgendwie, man muss eigentlich rein, aber irgendwie muss man auch, will man irgendwie nicht. So. Vor allem, das Feld hier draußen, das ist ja völlig... Ah, der macht gut. In der Stadt gehen viele Leute hinein, aber nur eine Person geht raus. Ja. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier draußen... Ich habe das Gefühl, hier draußen wurde die Welt flachgemacht und ein bisschen mit einem Pinsel da rumgemalt und der Hauptgebuss, dieser Map lag auf dem Fluss und auf der Stadt. Ja, ganz im Ernst, sobald eine Fraktion drüben ist, das ist eigentlich nur eine Schlacht in die Stadt. Jo. Ich wäre hier immer noch klein Mädchen und... Hm. Und du kannst noch so toll von allen Stellen durchbrechen, man kann sich einfach ohne Probleme zur Stadt zurückziehen und... Die Stadt zu erobern ist eigentlich gar nicht mal so schwierig, um ehrlich zu sein. Also... Wir gehen dann mal irgendwo auf einer Fußseite rüber und dann halt direkt in die Stadt rein. Ich bin gerade am überlegen, ob man da hinten langlaufen kann, weil ich würde die gerne mal ein bisschen flakieren. Sind das da Links Unionisten? Ne. Ja, tatsächlich Spreadout. Links Feinde. Ja, Spreadout, Spreadout, Spreadout. Da der eine da vor uns, halt. Dattdach, AFK, oder auch nicht, tötet den. Ah warte... Ah, nice. Okay, vorn line again. TonniTiger hat heut seinen Schützentag. Kann sein. Ah, da kümmert drüber, das ist sehr gut. Okay, prepare to hold and hold, reload. Ich gucke in die Flagge druck. k auch noch das war nicht knapp 6 aber wir wollen weiter die kamen ja schon viel früher loslaufen als ist das direkt der der und der als wenn er zum letzten mal oben als gewerfer kann man ja schon loslaufen so um Geist geistet haben wir behind the trees an der Welt beinahe es fixed and at once zurück so einfach mal ein bisschen vorlaufen immer wieder bis in Deckung nehmen es schlopfen und laufen wo er treibt und endlich um okay ich bin ja okay der scharste und scharste entspannt this guy on the open field, don't charge, hello thank you das sind, Yannick, das sind nachladende Scharfschützen, die laufen und nachladen können ja, das ist geil wieso gibt's die eigentlich nicht? und warum haben die eigentlich so viele Scharfschützen? wollten die davon nicht weniger nehmen? ja, das hab ich mich grad aufgefragt äh, Seasfire boah, diese Scharfschützen die hab ich durch den Stein erschossen nur den Stein reingehen durch den durchschießen logischerweise die Steine sind scheiß die Steine sind scheißhalbdeckung die bringen nix manche sind durchlättig, manche sind's nicht ok, charge Leute, ist jetzt egal, einfach langsam vortasten versucht, wenn ihr, versucht erst zu schießen wenn ihr wirklich weniges Meter vor ihnen steht die Typen haben echt schlechten Nahkampf aber die können wie viele Scharfschützen die haben 13 das war da, was ist das? weißt du? die können weglaufen und nachladen und dann umdrehen und schießen und wir haben keine Schocks auszuweichen weil die zielen auch noch, also sie schießen schneller als wir nein ja gut, sie schießen vielleicht nicht schneller als wir da links von dir ist einer der schießt sich gleich tot Nils Nils, links von dir ist einer du hast einen überholt hier im Busch ist er das wurde er ja, ich hab gedacht wenn man das macht, dann soll's doch heißen wie er halt dann entfernt wird, dann wird es nicht mehr zulässig ist dann wird es nicht mehr zulässig ist aber, wurde nicht auch gesagt sie soll nicht mehr diese Taktik machen mit der Klopfen nachladen ja, eben ja, eben ja, das sind das sind die A-Leute äh, ne doch, ne das ist Union ah das sind denn die Aufklinien in die Armeren? ja, natürlich tun wir das aber weißt, was sollen wir denn machen gegen Scharfschützen also weißt, wenn wir nicht mal Kavalerie haben wir trocken äh äh ey, ich hab grad angefragt, ob wir als Kavalerie spielen dürfen ja das wär's warum hast du dich gefragt? ne ich hab, ich hab grad im Atementscheid geschrieben äh, nächste Hunde meinst du mit dieser nächsten Hunde? oh, was? oder? ne, heute naja, wir sind zwar Operation Knödel, aber ähm ähm guck mal, die können sich, die haben sich mittlerweile zu ihrer Artillerie zurückgezogen ja und wie viele von denen haben sie im Nahkampf gekillt? einen haben wir, einer wurde von uns im Nahkampf getötet, oder? den Rest haben sie erschossen den Rest haben sie erschossen sag mal, wieso haben wir eigentlich so viele Yetis sag mal, zwei Meter von dem entfernt, wir konnten sie daneben schießen das ist die Pistole ah geil die dürfen sie fliehen Franzose, lautes Pär blau fertig ey, wo kann ich fragen, wo die ganzen Yetis her näher ran, näher ran also, wo haben wir Scharfschützen? ganz scharf diese Pistole wir haben irgendwie zwei oder drei warte, bis er direkt auf dich zukommt wenn die wieder hinter uns fährt lauf weiter auf sie zu ah schlechter als wären da, der Typ, der nachladet Ziel auf dich schief aus der Ego-Perspektive wie kannst du bitte daneben schießen? das ist ne gute Frage, wie kann die Pistole daneben schießen? ah skitter da daneben ist der Arsch Tony Tiger hat dir den Arsch gerettet können wir bitte jemanden hinterher oh nico gib mir die Waffe hallo, Frank hat noch gelebt das das und äh gelber wir haben die ganze wir haben die ganze wir sind mittlerweile bei ihrer Artinerie angekommen na jetzt hey ah, sauber Tony Tiger was zwei hier hinter dir den erschießen Tony Tiger wird jetzt auch erschossen ich würde jetzt feiern weil ich schieße in seinen eigenen Schritt voll die Tore zieht immer hin alter hatte bereits eine nachgeladen und andere auf Alter ganz ehrlich neben der die Trespitz ja fast so schlimm wie die Römer hm römer oh fuck you just fuck you ich glaube ich glaube der letzte Reset äh chillt auch das war jetzt wirklich das war nicht der letzte ne ja nix wenn wir jetzt mal wirklich ein paar Kaffs nehmen äh ja ja ich bin manche von den Leuten ich habe mich das Gefühl dass manche von den Leuten hier vielleicht 10 Abos haben ja und dann muss man wegen den Resetten ja ja hallo ich hab ich hab ich hab 380 und wegen wir wird nicht resettet wenn ich vorstreichen ich hab über 3 ich hab 2.100 irgendwas und 3 2.100 irgendwas und bei uns resettet man auch nicht 300 Euro vor allem ich habe noch einmal schon vielleicht da ja 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 die 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 ob sie mal ihren Kanal schicken ich wette mit euch wir sind so ein paar Wannabe ist dabei die dann irgendwie fünf Abonnenten haben oder so äh ja ich glaube nicht dass wegen denen Resetten wird ich glaube das ist eher wegen Chapman ich bin ich weiß es nicht ich nachhaltig schuldig also eine Kräcke ja 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 ach so was du da hast du grad nicht gesehen ey du weißt du was aber ziemlich witzig gewesen wäre wenn's PewDiePie wirklich gewesen wäre hm hm ah ne für dich die Plex würde schon reichen hm hm weil der hat ja minimal Abos geschnurrt von äh Total War aber sonst na schon ich finde es voll lustig creative assembly vor der Rassistenladen bei dem die haben da irgendwann mal so ein so ein so ein ähm äh so ein so ein Turnier veranstaltet unter YouTuber und es war kein einzigster deutscher YouTuber dabei nur Engländer und Amis und so voll die Rassisten so Großwehr oder Großbrit hey wie sie schreiben die Leute jetzt Reset rein oder nur Reset wo muss man hier eigentlich lang ach ja hier ja 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 das ja 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 wir haben damit die 2 nachzüge kommen können danke oh jetzt auf das hab ich gewartet dass jemand schreibt hier um am Abend weiss auch nicht warum aber auf das hab ich irgendwie gewartet und schützen natürlich wo das mal gewinnen wir bei Kuhn betreffend angenommen die Karte diesmal gewinnen wir letztes Mal haben wir oder welche zu können verkackt aber diesmal gewinnen wir User disconnected from the channel die Maske zwar nicht disconnected ausgeflogen wenn wir schnell sind dann klappt alles aber wisst ihr was das Problem ist die Kameras sind ja mal wieder nicht gelockt äh spread out wir machen jetzt die Artillerie platt Achtung Artillerie ja eben genau deswegen also spread out und zwar richtig schön ausschwärmen gell dann lauf nach links äh dann bin ich hier wieder in der Truppe ich fahr rein das ist immer so geil ich finde es so lustig versuch darauf zu achten dass zwischen euch und der Artillerie nicht zu viele Leute stehen wisst ihr irgendwann wisst ihr irgendwie 15th Alabama ist halt Qualität das Problem ist 15th Alabama hat zu wenig Leute hätten wir mehr Leute wenn ich auch noch eine Artillerie macht und eine Kavallerie dann bräuchten wir gar keine anderen Regimente mehr dann würden wir auch uns dann dann dort dann dann Vielen Dank.